ja es gab wohl ein bisschen stress auf der gamescom und zwar habe ich ich bin auch nur durch links durch sein wenn der insta story darauf gekommen der gute cisco wurde dort ja mehr oder weniger der gute cisco wurde da wohl nicht so gut behandelt und ich habe mir das wieder so ein stück weit reingezogen und ich sage euch jetzt schon mal das video gerne noch mal reinziehen heute das video geht knapp 20 minuten ich werde jetzt nicht alles reinziehen ja ansonsten würde das hier den rahmen überspringen es geht darum dass cisco sich bei der red bull launch beworben hat also wenn du zu red bull launch probieren möchtest musst du da eine extra bewerbung schreiben mir würde jetzt nicht einfallen warum ich dafür eine bewerbung schreiben soll dass ich deren stand besuchen darf also keine ahnung und ich habe auch mittlerweile das gefühl dass die ganzen creator das auch nur machen damit sie dort umsonst red bull trinken können dort den ganzen tag drin chillen können und gar nicht mit ihrer community abhängen wollen die wollen gar nicht mit den leuten abhängen die dort erscheinen nur wegen ihnen ja ich stelle mir gerade vor ich gehe auf die gamescom und da sind so keine ahnung 20 30 leute die nur wegen mir dahin kommen oder 30 menschen die etwas in ihrem leben stehen lassen egal was arbeit freizeit sowieso stehen lassen und diesen ort besuchen weil sie wissen dass ich da bin und mir fällt nichts besseres ein außer da drinnen in dieser lounge chillen die ganze zeit um für eine halbe stunde mal hallo zu sagen also maximal keine ahnung also respektlos digger also maximal respektlos finde ich und okay der der gute mann hat sich dort auch beworben und hat erstmal eine zusage bekommen und danach eine absage und warum weshalb wird jetzt hier gleich geben wir gucken uns das mal an wie gesagt ich gucke mir jetzt nicht die 20 minuten voller hier an wir gucken uns das quasi die highlights hier rein let's go langsam herbei und ja was soll ich sagen ich habe mir bisher echt immer gesagt ich habe keinen bock auf die gamescom eigentlich will ich da gar nicht hin diese veranstaltung hat schon seit keine ahnung 5 6 7 jahren absolut null mit gaming zu tun und es ist vielmehr so ein kommt vorbei aus ganz deutschland und trefft euren favorite youtuber das ist eine riesengroße youtuber streamer tik tocker sonstwas veranstaltung geworden deswegen habe ich mir gesagt muss ich nicht hin habe ich ich frag mich auch was hat das da eigentlich also mittlerweile hat doch die gamescom gar nichts mehr mit gamescom zu tun egal was du dann auch von der gamescom hörst das hat eigentlich nur noch was mit leuten zu tun die sich da gegenseitig abfacken kein interesse dran einfach unangenehm auf jeden fall merkt ihr schon ich hatte nicht so wirkliche bock da teilzunehmen ja du auch nicht ich weiß trotz alledem wurde von vielen verschiedenen ecken auf mich eingeredet hey wirst du dieses jahr da sein hey kommst du auch guck mal der 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 und der und wir sind auch hier kommst du auch vorbei dann dachte ich mir wirklich kommen wo gibt dir einmal in deinem leben einen kleinen ruck jeder hin einmal vielleicht nie wieder haben was soll ich sagen es war genauso schön wie ich es mir vorgestellt habe nicht weil neben den tatsachen dass es halt einfach viel zu voll war gefühlt jeder mit einem creator band rumgelaufen ist also for real leute die haben vielleicht weiß ich nicht 1000 2000 tik tok follower und bekommen dann so einen creator pass und können dann in die creator lounge rein ich glaube er übertreibt also mit 2000 also so reichweite auf tik tok aufzubauen ist jetzt also youtube ist sowas was reichweite aufbauen angeht ist youtube am allerschwierigsten tik tok ist ganz ganz easy ganz ganz easy und wird es halt so ein ding für sich aber das ist jetzt 2k follower auf tik tok ausreichen sollen damit du da so eine art akredit so 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 creator band bekommst ich glaube er dramatisiert gerade so ein bisschen weiß ich nicht ob das so sinn und zweck der sache von einem creator band und von einer creator lounge ist wenn man da trotzdem einfach so reinkommt ohne irgendwas gemacht zu haben eine fucking currywurst pommes junger hat zehn euro gekostet und ich weiß nicht ob es nur an mir lag aber in gefühlt jedem gang jeder halle egal wo du dich befunden hast hat so dermaßen nach scheiße gerochen bro was hast du denn gedacht wo du da bist ne auf irgendeiner pariser vorstellung das sind alles angebliche gamer die dinger das sind alles leute die nicht wissen wie sie die dusche benutzen sollen ich hatte ständig diesen geruch von von arsch in der nase ich habe das ja noch andere leute wahrgenommen es hat so nach abwasser gerochen überall keine ahnung was sie macht aber ihr macht es falsch aber das ist auch alles gar nicht sinn und zweck der sache es gab noch tausend andere sachen die falsch gelaufen sind die jedes jahr aufs neue falsch laufen und jedes jahr aufs neue bemängelt werden und trotzdem kriegen die veranstalter ist trotzdem nicht hin das irgendwie zu regeln aber ist egal das ist alles nebensache hierbei geht es tatsächlich um was anderes ich habe mich also ganz normal akkreditieren lassen also eine bewerbung abgeschickt quasi um als creator dort angenommen zu werden ja das heißt du kannst auf dem creator parkplatz parken direkt unter der games kommen du kannst du sachen wie züge einfach so nutzen du kommst natürlich auch in diese komische creator lounge rein kriegst du dieses komische creator ticket bändchen und so wo du mit rumlaufen kannst also für den gesamten zeitraum der games kommen natürlich noch dass wir den ganzen tag lang hausen können und da drin haben die dann halt einfach in diesem geschlossenen red bull haus verbracht ihr wisst was ich meine auf jeden fall habe ich mich dann dafür auch beworben und habe dann folgen hier geht es dann jetzt um die bewährung ich verstehe man nicht warum man sich dafür bewirbt aber okay um die bewerbung bei red bull ob im red bull stand e mail bekommen die ich euch gerne vorlesen kann liebe friends of red bull fantastische neuigkeiten wir freuen uns dir mitteilen zu dürfen dass du offiziell für den red bull creator club auf der games kommt 2023 bestätigt bist das sind so sachen die kriegt jeder geschickt aber wichtig ist tatsächlich nur dass da steht wir freuen uns die mitteilen zu dürfen dass du offiziell bestätigt bist liebe grüße bla 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 dein red bull und one up management team das heißt ich wurde angenommen habe mich ganz normal dort beworben wie jeder andere auch und ich wurde angenommen also da saß halt wirklich wohl jemand der hat diese sachen geprüft ja diese bewerbung geprüft ist die durchgegangen hat die gesehen und dachte sich so ja passt 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 angenommen alles top alles super das war am 17 8 so am mittwoch den 23 ja das müsste so ziemlich der erste tag der games kommen gewesen sein glaube ich habe ich dann plötzlich noch eine e mail bekommen lese ich euch auch gerne vor liebe friends of red bull zunächst einmal möchten wir uns herzlich bei dir für dein interesse am creator club auf der games kommt 2023 bedanken wir haben uns über jede einzelne bewerbung gefreut und sind überwältigt von der nachfrage die uns entgegengebracht wird vergesst nicht ja ich wurde bereits angenommen es fällt uns nicht leicht diese nachricht zu schreiben da wir am liebsten jeden einzelnen von euch in unserer lounge begrüßen wird da muss man sich doch richtig verarscht vorkommen oder da muss man sich doch richtig du kriegst eine absage von red bull dass du die besuchen darfst also das ist irgendwie so keine ahnung es fühlt sich an wie keine ahnung als wärst du eine prostituierte fünfter klasse oder so das ist richtig also wirklich so ich soll mich dafür bewerben so ganz cringe digger also diese fühle ich gar nicht alter würden leider sind die plätze im red bull creator club begrenzt und wir mussten einige schwierige entscheidungen treffen ja keine ahnung kann ja nicht ich gewesen sein oder weil ich wurde ja bereits angenommen für dieses jahr konnten wir dir leider keinen platz im red bull creator club reservieren wir wünschen dir trotzdem eine unvergessliche zeit ja da fragt man sich natürlich erst einmal warum wie kann das passieren ich habe ganz normal eine bewerbung abgeschickt wie jeder andere creator auch da saß jemand der hat sich das angeguckt ist die bewerbungen durchgegangen hat sie geprüft hat sie angenommen ja dann mittwoch erster tag der gamescom kommt dann plötzlich eine e mail nee diggi du bist raus du bist einfach abgelehnt trotzdem da fragt man sich ich frage mich ob diese leute dass ich auch so richtig in real life eine sache also so meinen job beworben haben ja ich komme darauf immer noch nicht klar ich bewerbe mich hiermit offiziell dafür dass ich ihren red bull stand besuchen darf ich halt wie kann das passieren ja vielleicht ein fehler passiert ist irgendjemand dem fehler unterlaufen hat sich vielleicht irgendein praktikant oder azubi verklickt keine ahnung habe ich vielleicht was falsch gemacht bei der anmeldung kein plan tausend sachen die man hätte erklären können tausend sachen die man hätte durchgehen können man hätte sich fragen können wie ist es passiert warum ist es passiert wer hat es gemacht ja aber all diese fragen müssen wir uns zum glück nicht mehr selber beantworten denn wir spulen mal zu der stelle vor warum der brä nicht zu dem red bull stand durfte und als ich das auch gesehen und gehört habe wie gesagt ich habe nur ein müdes müdes lächeln auf auf den lippen gehabt und ein bisschen mit dem kopf geschüttelt aber gewundert hat es mich ehrlich gesagt nicht da gab es wohl irgendein podcast mit irgendeinem anderen youtuber oder twitch streamer das sind alles twitch streamer der hat dann gesagt warum einzeln nochmal weißt du wer also wer sich beworben hat ne wer cisco g scheiß mit die hose echt jetzt bitte sagt mir er wurde nicht angenommen wurde angenommen er wurde initial angenommen dann habe ich den namen gelesen und dann wurde abgelehnt nein felix ich lutsche den schwanz ich fühlen wie die sich fühlen digga das ist ja so richtig oh mein gott ja du bist der beste ne oh geil ja du hast den weg gehauen oh geil ja so seid ihr drauf das seid ihr du bist genau das ja du bist genau das philo genau das bist du ja du kannst dich dafür natürlich fühlen und selbst zelebrieren das was du da gemacht hast ist nichts womit man sich fühlen könnte aber das ist das sind so genau diese sachen im leben dieser menschen wo sie selber so sagen okay das habe ich in meinem leben erreicht was hast du gemacht ich habe geschafft dass cisco g nicht zur red bull launch durfte genau das bist du digga so menschen wie der die werden niemals niemals wenn die mehr erreichen außer hier so ein bisschen scheiß im internet eine familie vielleicht mal zu zu versorgen oder ein kind groß zu ziehen wie soll das so ein mindset so ein mindset wird das niemals hinbekommen niemals das ist der absolute wirklich absolute dreck und was noch also was noch schlimm dabei ist chat also scheiß mal jetzt scheiß mal darauf dass der jetzt nicht so dieser red bull launch durfte und hier und da diese menschen gehen so weit dass sie dir sogar auch ans portmonee gehen würden weil cisco g verdient sein geld mit social media so der geht verdient auch so mit damit sein geld digga die wollen den einfach canceln damit er auch kein geld mehr verdient digga die gehen dir wirklich an den portmonee da wo ich herkomme da hört man auf zu reden digga was glaubt ihr eigentlich wer ihr seid alter und das auf dem rücken von red bull bruder wir reden hier nicht über keine ahnung über magnum oder so oder keine ahnung über hier hier timbuk getränke oder sowas darüber reden wir nicht wir reden hier über red bull digga über red bull und sowas können die da durchziehen und fühlen sich damit und die finden das noch so geil alter das ist so widerlich und merkt ihr er hat gesagt ich habe das hier guckt euch das mal genau an hört mal zu wurde angenommen er wurde in die zahl angenommen dann habe ich den namen gelesen und dann wurde abgelehnt nein felix ich lutsche deinen schwanz die pushen sich gegenseitig oh ja du bist so geil ja ja du auch und da sagte mir auch gern dass er seinen penis in den mund nehmen würde das sind wirklich maximale wenn du mich fragst was sind realitätswischlinge die hier und das wilde kommt ja noch warum die mad auf denen sind das müsst ihr euch mal jetzt rein ziehen digga ich lutsche dir deinen schwanz wirklich na klar sagt wallah wallah hier sogar oder das alte wallah wallah guck mal solche leute fangen schon damit an digga das wäre auch quatsch da also das ist wirklich nach der aktion das hat einfach nur das ist einfach nur stress gegeben da das wäre ganz geil da sind so unglaublich viele leute drinnen ey das ist so unglaublich witzig ey ich habe so ich wusste die ganze zeit grinsen ich habe so fettes grinsen auf dem gesicht ja klar weil du noch nie in deinem leben was vernünftiges auf die beine gestellt hast ist das krasseste was wir in deinem leben geschafft hast du klar du glaubst nicht was ich kann jetzt vieles ich kann ein paar sachen kann ich nicht erzählen aber das ist teilweise es ist wirklich witzig was da alles ankommt na hast du noch ein bisschen tea was du so spielen darfst was ich spielen darf ja irgendwie irgendwas was du so aufgestappt hast also basically es geht jetzt gerade um diese red bull lounge und das ist halt legit ich sag's wie es ist letztes jahr hat die red bull lounge gecarried geile leute geile getränke also ist einfach so eine so eine area wo content creator chillen können es gibt ja diese twitch area und sowas nicht mehr und das ist halt so ist einfach geil du kannst ja mit den leuten schnacken also ich finde das hat für mich die gamescom 2022 gecarried hätte schaudert red bull an der stelle so darum geht es jetzt quasi gerade cisco wurde abgelehnt guck mal wie der das geil findet also jungs versteht mich nicht falsch ich bin kein cisco fanboy ja ich gucke mir auch keine aktie also ich gucke mir wirklich realtalk jetzt nicht aktiv diese videos rein manchmal sehe also manchmal gucke ich mir clips von ihm an oder bestimmte sequenzen gucke ich mir an aber ich bin kein aktiver cisco konsument das musst du aber auch nicht sein um einfach mal ein vernünftiger mensch zu sein ja du musst das musst du nicht sein du kannst du kannst auch trotzdem kannst du doch einfach mal objektiv bleiben und real bleiben und vernünftig bleiben und die fühlen sich dafür ja ne passt nicht zum wertesystem passt nicht zum wertesystem für über welche werte die jetzt hier auch also über welche werte die jetzt hier vertreten das ist auch noch mal so eine fragliche sache macht halt nur troll scheiße leute im internet ab macht nur troll scheiße und fuck leute im internet ab also dich triggert das jetzt also der typ ist davon getriggert digga okay der typ ist davon getriggert dass cisco also hauptsächlich bei gta rp trollt digga was stimmt nicht mit dir was also was ist in deinem leben schief gelaufen das ist so peinlich bruder das ist so peinlich ich sagte diese leute haben in ihrem leben nichts wirklich retock nichts erreicht außer wir haben cisco g von red bull irgendwie weggejagt auch geil ja bist du hast es geschafft digga ja mann du bist es du peinlicher leleck digga unglaublich ja ist doch auch quatsch digga ist quatsch nummer ne ich werde ich hab ja ein meet and greet ja warum mach mal die leute da raus machen dieses diskuss da raus war nicht mal weg nicht schmutz da auch nicht mal stoppen welcher ist denn ich glaube dieser liana ist ironie das ist eigentlich keine die sind da gerade am stream und einige leute schreiben da rein was für ein dreck die machen ja dass der move den sie da gemacht haben einfach dreckig ist und band nicht schmutz da mal weg genau das seid ihr digga ihr seid genau das das ist schön zu sehen das ist noch mal digga das kommt dabei heraus wenn die leute keine video schneiden sondern wirklich einfach frei reden okay wenn sie frei reden bruder dann kommt genau das richtige gesicht dabei raus video schneiden im nachhinein weiß der dass der scheiße gemacht hat dann schneidet das schön aus dem video raus aber in so einem podcast was nicht geschnitten wird wo sie wo sie wirklich die person sind die sie auch wirklich sind die die spielen da keine person die schneiden auch kein video wir haben geredet podcast runter hochladen so und jetzt weiß man was für einer du bist jetzt weiß man was für einen du bist einfach nur peinlich du bist einfach nur peinlich und du willst du zelebrierst dich für etwas was was nicht ansatzweise zelebrierbar ist alter wie peinlich willst du sein alter ich liebe das ich liebe das einfach alles so sehr ich glaube ich bin da auch nicht die instanz die das entscheidet das entscheidet ja immer noch red bull aber ja 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 und jetzt merken sie so langsam dass der hat sich da verquatscht ja ich hab das ja nicht entschieden das war red bull ja 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 genau und verarschen noch mal die zuschauer noch mal so rein auf schön genau das ist twitch digga genau das ist twitch und genau das weißt du was all diese leute die auch bei dem chillen die haben auch nichts anderes verdient wenn du so blöd sein möchtest ja digga gönn dir geh dahin wenn das jetzt disco-fan ist dann würde ich mal dann würde ich mal 33 min time out zur warnung okay wurde einfach permanent gewandt ja jetzt geht weiter ich habe ja nicht weiß ich nicht weiß ich jetzt nicht bro ja einfach nur so so richtig das ist noch mal so unangenehm next level digga ob das so ein lustiger move war vor allem wenn man halt die gründe dahinter gleich mal hört weil das ist so unglaublich das würde man mir tatsächlich nicht glauben aber doch tatsächlich so ist es passiert tut mir leid also das auf dem rücken von red bull auszutragen oder sogar auf dem rücken von dieser komischen one up management agentur was auch immer wo er wohl auch ein teil von ist weiß ich nicht ob das so schlau war wenn man dann schon sowas macht das dann auch noch öffentlich so zu zelebrieren das noch öffentlich so anzukündigen und sich so krass darüber zu feiern und so guck mal wir haben den abgelehnt und den abgelehnt weil ich bin tatsächlich nicht der einzige der abgelehnt wurde ich weiß von zwei weiteren leuten noch persönlich weil die aus meinem näheren ich sag mal näherem kreis näherem umfeld stammen dass bei denen genau dasselbe passiert ist also die hat tatsächlich auch vorher eine zusage bekommen und dann auch am mittwoch er meint wahrscheinlich berkuli berkuli oder gläckmeier die sind da so in einer bubble drinne die sind da miteinander vernetzt eine absage also genau dasselbe schema wie bei mir also kann man davon ausgehen dass die halt eben auch zeitgleich einfach von philo sage ich jetzt mal rausgekickt wurden weil weiß ich nicht er sie nicht mag oder was auch immer dafür persönliche gründe im hintergrund stehen auf jeden fall weiß ich dass in meinem fall das persönliche gründe sein müssen weil ich so keine berührungspunkte mit philo zabex oder irgendwem anders direkt hatte weder positiv noch negativ außer außer ich schwöre es ist so lächerlich das kann man mir nicht glauben also man würde es mir nicht glauben aber es ist wirklich so passiert jetzt hört genau zu jetzt hört genau zu es gab vor einem jahr ein rust streamer event dort hat philo mit seiner gruppe den server geführt ja also so ein bisschen administrative sachen in dem spiel geklärt und ich war da mit meinem team mit orange orange kann vielleicht auch sein dass er mich abgelehnt hat weil ich mit kevin so ein bisschen gut bin so keine ahnung weiß ich nicht auf jeden fall war ich mit ihm da in einem team und noch zwei weiteren kleineren streamer und die leute die das video damals gesehen haben die wissen dass es nicht gut ausging für philo und seine gruppe unter anderem war da auch rewi dabei spielt aber auch keine größere rolle mehr auf jeden fall lief es nicht gut für sie ja also sie haben ich sag es einfach ganz kurz und knapp sie haben verloren okay sie haben einfach verloren in dem spiel und das hat dir nicht wirklich gut gefallen dann wurden paar moves gebracht brodie war nicht so nett am besten schaut ihr euch wenn ihr das rust video nicht gesehen ich verlinke das auch noch eine stunde aber dann wisst ihr auf jeden fisch persönlichen hass film gegen mich schiebt aber ja so scheint es dann wohl zu sein für alle anderen die sich dieses ein stunden rust video nicht angucken wollen was ich gut verstehen kann versuche ich jetzt einfach ganz knapp zusammenzufassen okay es gab halt eben dieses rust streamer event wo ganz viele deutsche streamer dabei waren und ich habe mich eben mit kevin orange morangen ein team gestellt es gab vorab schon ein paar komische regeln die dann geändert wurden und dann haben wir uns angepasst dann wurden sie wieder geändert dann wurden sie wieder angepasst dann wurden sie noch mal geändert dann wurde diese regel implementiert dann wurde das wieder gelockert halt um ein bisschen ich sag mal das team von philo rewi zabex und so weiter zu boosten weiß es gab so team regelungen die wurden dann gelockert weil dann kam der zu denen ins team und wir durften niemanden zu uns nehmen damit wir ein bisschen besser dastehen weil die waren ja schlechter und die braucht mehr leute im team bla 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 das könnt ihr in etwa euch so vorstellen als spielt ihr fußball so elf gegen elf mann und das eine team spielt schlechter fußball und dann sagt von fifa irgendjemand so ja bro das team spielt schlechter ey hol mal bitte zwei mann mehr rein das ist jetzt 13 gegen 11 ne ich spiele jetzt 13 gegen 11 das andere team beschwert sich so das ist unfair ne 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 das ist okay ich spiele 13 gegen 11 so so in etwa das waren anderen zahlen aber so lief das ab und dann gab es noch ein paar andere regeln die auch umgechanged wurden und dann haben wir uns beschwert dann wurden die wieder geändert und immer so ein bisschen im favor dass halt das gegnerische team von uns besser dasteht mehr chancen hat und trotzdem haben sie verloren das ist doch das beste daran trotz ich hätte schon gar keinen bock mehr auf bei so einem event mitzumachen ne hätte ich schon gar keinen bock mehr gehabt das haben sie verloren am ende des rust streamer events wurde die base von zabex philo rewi und ich glaube die hatten noch zwei weitere im team ich weiß nicht wer es genau war auf jeden fall wurden die von uns geradet ja sie haben ganzen items verloren base kaputt gemacht wir haben krass rumgeheult rewi hat irgendwann angefangen mit was ist das für eine hurensohn aktion ja ja genau ne hurensohn aktion und sowas reinschreiben unglaublich ne das sind dann die das sind dann die streamer die dann sagen wie zum beispiel zu abk das ist ja voll der assi ne der sagt ja solche sachen wie hurensohn und so ja guck dir das mal an das musst du dir mal reinziehen was für menschen das sind braun am ende ist ja auch gequittet wegen dem spiel so digger weißt du guck mal wenn du ich verstehe das vollkommen wenn du in dem moment abgefuckt bist und dass du in dem moment auch quitt ist auch vollkommen in ordnung aber das so in eine dass du darüber so nicht hinweg kommst dass du sagst digger der kommt nicht in die red bull logg digger das zeigt einfach nur was für menschen das sind keine ahnung war auf jeden fall sehr lächerlich das ganze überraschenderweise wurde ich auch auf kommende rust events nicht mehr eingeladen ich durfte nicht mehr teilnehmen unglaublich ja ganz ehrlich wenn du wenn du dich dafür entschieden hast ich möchte das jetzt hier auch an dieser stelle mit diesem video abbrechen no front an an cisco guckt euch das ganze video gerne noch mal an das ist ein sehr interessantes video welches einfach dazu auch dient aufzuzeigen mit was für menschen wir hier zu tun haben mit was für widerwärtigen menschen vor allem so im netz immer so zu tun mit geschnittenen videos was für ehrenmänner sie sind aber am ende des tages seht also ganz ehrlich wer wer hier sagt nachdem er all das jetzt gesehen hat mitbekommen hat sagt ich kann das vollkommen nachvollziehen von den digger denen kann ich auch nicht mehr helfen diesen menschen kann ich dann auch nicht mehr helfen im grunde genommen möchte ich der meinung sein dass es nicht viel empathie dazu gehört oder viel logischer menschenverstand dazu gehört sagen zu können dass der move den die dort gebracht haben einfach scheiße ist das gehört einfach so ist ihr wisst was ich meine okay lasst mich jetzt hier nicht weiter hier labern die wissen das eigentlich alles selber aber wollen sich eigentlich nur immer wieder in sauber haben wir sind solche ehrenmänner und hier und da digger danke nochmal an cisco dass er nochmal aufgezeigt hat mit was für also wovon wovon wir uns eigentlich fern halten sollten und wenn du aber als streamer und so sehr und so kritisch muss man auch jetzt gegenüber einem cisco sein wenn du für dich entschieden hast ich möchte mit diesen leuten chillen wenn du für dich entscheidest ich möchte mit diesen leuten chillen aus welchen gründen auch immer sei es ach du du fühlst die du findest die cool oder keine ahnung was okay oder du willst die reichweite mitnehmen kann ja auch sein egal warum und weshalb dann darfst du dich nicht wundern dass du am ende des tages genau so behandelt wirst du darfst dich nicht wundern digger ganz einfach ich sehe jetzt hier auch kein cisco der hier rumheult um gottes willen aber ich sehe schon ein cisco der sich so ein bisschen so ein bisschen verwundert ist ja du darfst dich nicht wundern die sind so die wenn die ein loch sehen ja wo sie ihren finger einstecken können damit die es dir schlechter geht dann machen sie es in deinem gesicht lachen sie sie sagen du bist toll ey wenn du willst wir chillen zusammen ja brauchst du ein hilfe auf twitch und hier nein digger sie gönnen dir nicht fertig digger sie gönnen wir nicht